...geborene Sohn des Regione, dann geht es weiter über den Pilotsohn Pablo und dann kommt Inchallah nochmal arabisches Blut. Top 30-Tage-Test hat er in Neustadt-Dosse mit 141,57 Punkten absolviert. Auch er war Finale-Teilnehmer im letzten Jahr mit Jennifer Hoffmann, die seit jetzt fast zwei Jahren die Dressur-Ausbildung zusammen mit ihrem Mann auf dem Letterberg betreut und mit großen Erfolgen war sie mit zwei Pferden im Finale auf der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferden. Herr Ratzinger ebenfalls mit sehr intensiven Dressurpferden-Führung der Klasse M. Er ist jetzt in diesem Jahr siebenjährig. Er wurde auch für den Hannover-Schutzungverband im letzten Jahr aufgrund seiner überragenden Leistung den Pferden anerkannt. Auch hier ja eine EU-Besammlungsstation auf dem schönen Gestüt Letterberg in Kossfeld. Lette, Ratzinger V und Jennifer Hoffmann. 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 Ratzinger V und Jennifer Hoffmann.